Ernst, es ist mal wieder soweit, es wird mal wieder Zeit für ein Gewinnspiel. Tom Taylor Kinderschuhe, aber nicht nur. Bevor ich euch sage, was ihr gewinnen könnt, beziehungsweise ich werde es euch nicht direkt sagen, wie könnt ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen? Was sind die Spielregeln dafür? Erstens, der Gewinn wird nur innerhalb Deutschlands verschickt, mit DHL, mit Nachweis, dass ihr auch wisst, das Paket kommt wirklich an. Ja, teilnehmen an diesem Gewinnspiel könnt ihr über TikTok und Instagram auf meinem Kanal. Das heißt, ihr geht, wenn ihr das Video auf YouTube seht, über meinen Linktree, der in der Videobeschreibung ist, auf TikTok oder auf Instagram. Und um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr folgendes machen. Ihr müsst meinem Kanal folgen und ihr müsst dieses Video auf TikTok oder Instagram kommentieren mit zwei Freunden von euch, die ihr darin verlinkt. Also, erste Spielregel, ihr müsst mir folgen. Zweite Spielregel, ihr müsst einen Kommentar hinterlassen mit zwei von euren Freunden, also die ihr in diesem Kommentar verlinkt. Entweder auf TikTok oder auf Instagram. Ihr müsst mir nicht auf beiden Kanälen folgen. Ich werde dann in zwei Wochen ungefähr, ich überlege gleich nochmal, ja, ich würde sagen, wir nehmen den 15.04. Was machen wir? Wir nehmen den 15.04. An dem Tag ist das Gewinnspiel zu Ende. Dann werde ich den Gewinn verlosen. Unter den Leuten, die auf TikTok und Instagram teilgenommen haben. Versand nur innerhalb Deutschlands mit DHL, mit Nachweis, dass ihr wisst, das Paket kommt auch an. Was könnt ihr gewinnen? Tom Taylor Kinderschuhe, umdesignt von mir. Ich verrate euch aber nicht, welche. Was könnt ihr noch gewinnen? Es wird ein sportliches Paket. Das heißt, ihr kriegt einmal diese Schuhe, die ihr gewinnt, und ihr kriegt ein sportliches Paket noch mit dazu geschickt. Ich verrate euch nicht, was, aber es sind schöne sportliche Sachen, die ihr gewinnen könnt. Es ist ein kleines Paket mit roundabout zehn Sachen, die ihr in eurem Fitnessstudio oder auch zu Hause für den Sport nutzen könnt. Also, habt ihr Bock, Kinderschuhe zu gewinnen, die ihr danach verkaufen könnt, verschenken könnt, wie auch immer, und sportliche Sachen für euer Training? Dann jetzt hier unter diesem Video kommentieren. Zwei Freunde und mir folgen auf TikTok oder Instagram. Haut rein, genießt eurem Tag.